warnung das folgende video dient nur zur unterhaltung servus leute mr nachthara tv ist wieder am start und heute reden wir mal über den besten youtuber deutschlands nein nicht nur deutschlands zur EU oh nein von der ganzen welt ja genau das wirklich der aller aller allerbeste youtuber der welt ihr sollt ihn sofort abonnieren es wirklich besser studieren besser wirklich tausendmal besser und ihr fragt euch wie heißt er wie sieht sein sexy profilbild aus und wie redet er in seinen videos wie welche art von videos macht er und wer zur helde ist dieser youtuber und die antwort ist it's maxelphd und heute erkläre ich euch was dieser youtuber macht dieser youtuber macht richtig richtig geile videos seine videos sind unterhaltsam macht let's plays er macht werbung und er macht auch noch anderen content und um euch zu zeigen wie cool dieser youtuber ist zeige ich euch jetzt eines seiner videos oder besser drei seine videos also stattdurch popcorn und genießt die show hallo ich bin's der max lp hd ich mache jetzt mein zehn abonnenten special wollte mich noch mal bedanken für euch alle ja und ich bin hier gerade in einer tollen welt im kreativen modus ich gehe erstmal aus dem kreativen modus raus ich möchte nämlich ein minecraft let's play anfangen ja so ich möchte mich feststellen schläft wenn ich einen kreativen modus schläft ah das ist erst einmal eine spielzeitkarte auf mich wabbel doch nicht Hallo, ich bin der MaxLPHD, wir spielen heute wieder Minecraft, mit dabei ist PeterLP, mein Freund aus der Schule, ich habe jetzt hier ein Haus gebaut mit Peter, die Aufnahme ist aber leider verloren gegangen, wegen Peter. Ja, das war, nein, das war nicht meine Freundin. Doch, du hast die Dateien von meinem PC gelöscht, ich war kurz auf Toilette und der hat dann hier einfach meine Sachen gelöscht. Ja, aber du hängst auch immer mein PC, mit deinem komischen Programm da. Hä? Erzäh doch kein Scheiß. Jetzt bleibt raus aus meinem Haus. Was war das für jemand? Ist dein Papa im Zimmer? Mein Papa ist arbeiten. Ich habe eine Spinne getötet. Ach man, kann die essen? Ah, Hilfe, was ist los? Was ist los? Hilfe, hilf mir. Warum hast du mich nicht gerettet? Ja, womit denn? Leute, abonniert ihn sofort. Der Ding zu seinem Kanal ist in der Beschreibung, ist wirklich cool. Sofort abonnieren. Sofort abonnieren. Er ist der beste YouTuber. Der beste YouTuber der Welt. Und ihr braucht mehr Abos. Abonnieren. Nieren, Nieren, Nieren. Abonnieren. 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 Vielen Dank.